An Nemo und Vanessa kann ich mir definitiv nicht vorstellen, weil uns natürlich jetzt auch erst mal der Tommy verbindet. Wir sind beide Eltern eines tollen Jungen und werden auch immer für ihn da sein. Das verbindet uns erst mal, aber auch, dass ich denke, dass es einfach die perfekte Frau ist für mein Leben, die mich so nimmt, wie ich bin.